Zunkern, zunkern, die Golfshow quick and dirty. Ihr müsst nicht immer lobben, pitchen, chippen. Ganz ehrlich, mach da mal was Kreatives. 45 Meter zur Fahne. Flo, was hast du dir ausgedacht, um den da hinzuspielen? Ich patte den jetzt. Patte den mal da hoch. Ich patte den einfach mal da hoch. Patte den einfach mal da hoch. Ja, gib ihm auch ein bisschen Hände. Ja, da kriegst du nämlich mehr Druck in lange Pattschläge, wenn du ein bisschen Handgelenk mit reinbringst. Genau. Ach, ist der schön. Ganz ehrlich, da muss ich dir erstmal hinpischen. Das stimmt. Ich zeige dir noch einen anderen. Ich werde nämlich auch kreativ Hybrid hier hin. Hybrid macht ja auch viel Rollen. Ich mache auch ein bisschen Handgelenk da rein. So einen kleinen Hockeyschlag. Ja, fliegt da noch so ein kleines bisschen. Ja. Guck dir das an. Sit. 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 Jetzt müssen wir erstmal gucken, welcher näher dran ist. Also ruhig mal ein bisschen was probieren. Nicht immer Schema F. Mach ich immer mit dem P. Mach ich immer mit dem S. Variabel werden. Genau, das ist die Idee. Viel Spaß beim Üben. Komm, wir gucken. Oder ausprobieren. Üben. Üben. Beim Machen. Trainieren. Trainieren. Komm, wir gucken. Ich hab gewonnen. Komm, 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 komm. Ich brauch gar nicht weitergehen.